Heute zeige ich euch die Filme, wo Bolivia Onions die Musik komponiert hat. Wilde Ferti, das ist die niederländische Fassung, da haben sie glaube ich auch gesungen, ich bin mir nicht ganz sicher, Kyoma, da haben sie definitiv nicht gesungen, das weiß ich, man hört ja an die Frauen Szene. Death Proofs, tut sicher, ja da habe ich die Musik komponiert, auch wenn der Film kompletter Sport ist, den fand ich wiederum sehr cool, ich glaube auch der beste Film mit The Walk. Plattfuß in Afrika, das ist der dritte Teil, ich habe den noch nicht geguckt, weil ich die anderen beiden Teile noch nicht habe. auch die Engel-Esschenbohnen mit Arizona Cold, fand sie leider sehr schlecht, musste ich leider sagen. Bananasoo, ja das ist mein Oldtime Fabric von allen Bananasoo Solo Filmen. Der Kuschelmecher im Ausführer hört sich in Klarheit. Gut, machen wir mal was Neues, so bisschen Science Fixing mäßig, die Fortsetzung habe ich aber nicht. Hector der Ritter ohne Vorkundate, das ist ein interessanter Film, weil der im Mittelalter spielt, sehr interessanter Film, weil der im Mittelalter spielt, sehr interessanter Film. Zwei wie Peck und Zweifel, viel Fäuste für ein Halleluja, zwei außer Rand und Band, zwei Himmel flogen hier auf dem Weg zu Hölle und zwei sind nicht zu Bämchen. Ich versuch mal nächste Woche mal wieder eine Review rauszubringen. Bis dahin, bis zum nächsten Video. Du Bis zum nächsten Video. Du